Ja, ich schaff das und ich schaff das, ich schaff das. Ich schaff das. Ha ha ha! Oh, schau dir auf die Fresse. Ich rach komplett aus! Ticke, was? Oh, Alarm! Alarm! Leute, 50 Meter Sprint! Push out, push out Aua Nun ja, ihr fragt euch bestimmt Wie ich in dieser Situation gelandet bin Und nein, es hat definitiv nichts mit dem Steam Summer Sale zu tun Das einzigste, woran ich mich erinnern kann Ist, dass Freddy mich in eine Rakete gesteckt hat Ich dann in den Weltraum geflogen bin Und auf so ein komisches Raumschiff gestoßen bin Wo ich dann Felix und Helmio betroffen habe Und in diesem Video werde ich euch zeigen Was wir auf diesem Raumschiff für Abenteuer erlebt haben Wenn euch das Video gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben Und ein Abo da, würde mich sehr, sehr freuen Und ich will sich unterstützen Und jetzt, viel Spaß Oh Leute Der hat eine Kindersicherung Dieses Spiel ist ab 18 Alarm 50 Meter Sprint Push out, push out Aua Aua Ne, ne Hier steht, hier steht nichts Sag mal, warum habe ich denn hier so eine digitale Hormengesicht Oh, ne, ne Boah, ne, ne Ich sehe überhaupt nichts Wir hätten vielleicht so eine Taschenlampe oder so Hätten wir ganz gut gebrauchen können hier oder so Ja, es gibt doch auch so Horki-Talkis oder so Ja, ja Wow Das war ja richtig geil Ey, das hat ja richtig viel gebracht, Bro Das ist ein Capi-Barra, der da vorbeigeht Ach ja, genau Das ist ein Capi-Barra Ich glaube, wir müssen hier hoch, Leute Und dann hier über diese Rohre da klettern Hey, Helmio spielt mit Lenkrad Leute, au Hier geht's irgendwo hin Könnt ihr mal aufhören, die Tür zuzukrachen? Ich will auch noch rein Hör doch mal Oh, hallo Hallo Ja, hier wäre jetzt so eine Taschenlampe schon irgendwie swaggy Boah, Alter Oh, hier springt mich doch gleich so ein riesen Fetter Tausendfüßler an oder sowas Leute, wo seid ihr jetzt schon wieder hingerannt? Ich krieg die Ich krieg die Psychose schon wieder Meine Fresse Hallo? Sind die hier über das Geländer gehübt? Sind die tot? Ne, ne Was? Zum Wirklich jetzt? Digger, was? Hallo Hallo Das waren keine Vögel Das waren eigentlich Insekt Ekelhaft Oh, nee Ich will nicht mehr Tausendfüßler mit Flügeln Da krieg ich eine Psychose Da ist rum Leute Ne, ne Ganz ehrlich, ne Lass mal Ich hab mir meinen Schädel gebrochen Also der Mein Geneck Warst du einen Köpper gemacht oder was los mit dir? Bist du vom Dummheitsbaum gefallen oder was? Junge Wo geht's denn hier lang, Leute? Hier geht's lang, Leute Oh Scheiße Alter, hallo Reiß dich am Riemen, ey Oh, schau dir auf die Fresse Ich rasch komplett aus Oh, was hast du? Ich hab ne das Ich hab ne das Wow, na toll, Alter Das ist ja super Die kann man ja Die ist voll nützlich Tür, ich hab ne Tür Hier, guck mal Ne Ampel hat er aufgehoben Ne Ampel Hier war grad was Hier war grad was Hier war grad was Oder? Oh, ich hab's hier krivietschen Nö, 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 Leute Wir gehen nach oben Alles gut, Leute Wenn's hinter mir quietscht, ne, da bin ich raus, Leute Bin ich weg Please enter your favorite animal Oh, was ist das? Wer spielt hier seine Musik? Was ist das? Das ist der Eismann, das ist der Eismann Nein Mach doch nicht auf Leute, da ist was in einem gelandeten Vogel Hallo Bist du jetzt weggeflogen? Junge Ich bringe hier gleich runter Hast du jetzt ein Jetpack gekauft? Leute, warum sieht das Licht aus? Hallo 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 Ich glaub, wir werden gefeuert, Leute Wer denn? Macht's Licht an Ich denk's nicht Hallo Mach mal die Funsel an Wären wir jetzt gefeuert? Ich glaub, wir sind jetzt gefeuert, Leute Ah Boah, Alter, wo sind wir denn? Wieder auf dem gleichen Aber alles brennt gefühlt Junge, what the fuck ist er? Hallo? Das ist irgendeine Star Wars Scheiße oder so hier Kameramann von Skimmy Toilet Ey, ich seh da hinten irgendwelche blauen Linien Irgendjemand hat da seine Schemette geladen oder so Hier leuchtet sogar ne Lampe Schön Iiii, da geh ich nicht rein Nö, nö Wo ist Hey, Emil schon wieder abgeblieben? Hey Emil, nach oben sind wir gegangen Seid, 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 seid Renn, renn Oh, iiii Leute, wir gehen raus Oh, was, Bäh Leute, Metal, Leute Metal, Leute Was ist das? Was ist das? Das ist ne Bälle oder so Das ist Wasser Ah Ich komm nicht durch Ich krieg dich doch nicht zu Oh, Leute Das war ne Bälle Das war irgend so'n scheiß Wasser-Ding aufm Boden Das war irgendeine Pfütze Warum? Aber wir müssen zurück, schnell Wir müssen zurück Und das Ding fährt los Aber warum? Das fährt uns ohne uns Aber warum? Los, lass mich rüberspringen Ich wäre rüber Los Schnell Ich komm nicht hoch Ich komm hier nicht durch Scheiße Warum darf ich nicht rennen Nein, lass mich hoch Mach dich jetzt so Hey, wir fahren hier weg Irgendein Alienvieh oder so, Alter Das hat mich an das Vieh von Talk to Captain erinnert Nur dich halb so eklig The most paranoid employee Ich bin ja Ich bin ja Oh mein Was, 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 was los Hallo 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 Wait for a ship to land AAAAAAAA Leute, wir wurden ejected Perfekt Super Toll Toll Wir wurden ejected Wie in Omongas einfach Leute, hier gibt's noch was anderes Äh Nein AAAAAAA Was, englisch auf spanish Aber wo, wo Woran erkennt man denn, wie, wie soll ich dir helfen Nimm meine Hand Nimm meine Hand AAAAAAAA Ne, 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 ne Oh mein Gott Was Live Support offline Hahahaha Hahahaha Er läuft direkt rein Wir sollten uns echt ein Subway anschauen Nein, so ist es mit lustiger, wenn wir einfach so machen Komm hier durch, ich schaff's Ich schaff's Ich schaff's Ja Geil Super Hast du's geschafft So, Leute Moin Also, Leute, das ist die erste Runde Ja, ja, mach mal's anderes Ja, wow, ich seh voll viel, ey Geil 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 Einfach geil Ja, wow Ich seh nischt Da hinten läuft schon irgendwas rum, oder so Ja, teste mal Nein Das hält nicht Ja, also, du kannst ja auch gerade kurz durch den Nö, man hört ihn noch Ja, also, er springt dort unten noch rum, ich seh ihn Er ist tot Äh, okay, wir gehen dann mal außen rum Super Oh, ne Oh, ne Hier ist eklig drinnen Hier ist ganz eklig drinnen Oh, mein Gott Jump and run Jump and run gegner Ja Ja, ich schaff das und ich schaff das und ich schaff das und ich schaff das Ich schaff das Jahhahahhahahaha Ye Ich bin hier. Ich steh doch hier Hallo? Ich steh einen Schritt neben dir Links Links neben dir Mach', mal auf hier Flat Chip bin ich gespannt hier Da sieht man ja auch wieder so ganz viel bei dem wir müssen alle munde so ekelhaft sein was ist das das ist doch eklig hier Hallo, was seid ihr jetzt schon wieder hin? Ihr müsst auch rauskommen aus dem boot Felix Da oben läuft da oben springt nasenbär oder sowas rum was ist das ich bringe nasenbär Und hier ist irgendein boot oder ein stein oder Ich verfolgt doch irgendwas Ich höre irgendwas schreien Ne ne ich bin hier drinnen ne 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 das mache ich nicht mit leute Wo bist du hallo 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 Ja Wo bist du aber ist es los Oh mein gott Warum wird weggeflogen schon was passiert Ja Wer ist er ein stein Bergsteiger der bergscheißer es ist der bergscheißer Da ist ein kürbis ein riesen kürbis leute ein riesen kürbis ich glaub es nicht 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 Oh ne ne Oh ne ne Junge Was haben wir Alter Die ganze tesla spule hat der gefunden Ne Oh ne Digga sind es immer die gleichen Gebäude Die Ampel Die Ampel Ach Scheiße Brauchen wir nur noch ich was Ich nehme einfach diese diese Paletten mit Nach oben Und das? Oben Stromkasten Oh hier Guck mal hier unten Du hast ne hupe Ja Ja Kann ich die Hehehe Mewe Leide Oh Womit ist das Licht automatisch angegangen Ah ne Das Flicker da Wer tritt hier die Türen immer ein Oh Ein Kastenbier Ein Kastenbier Leute Und dann kommt Bier im Spiel Ey Leute Leute Warte mal ich Oh ich kann nicht mehr laufen Muss ich das hier jetzt einfach Oh nein Ich hab den Kastenbier fallen lassen Leute Och man Wir haben 122 23 23 22 Wunder Wie wir gehen noch mal rein Es wird aber jetzt dunkel hier draußen ne So let's go Leute wenn wir jetzt sterben Er ist rum Ist alle Nein wir sterben nicht Es ist sowieso rum Ehh 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 Ich bin Jo Leute Ich bin aber sowas von raus Ey der sprintet uns aber gar nicht hinterher Die sind nicht mehr da Also sie gehen oder so Die stehen doch da Ehh Ehh Die sind nett Jungs Famous last words Guck ob das kein Feuern liegt Streicheln Alles andere als ein Feuern liegt OAH Lass dich klettern OAH OAH Lass mich rein Leute OAH Ohhohohohoh Oh, du Scheiß. Weg hier. Wie du dich auseinandergefetzt hast. Ich bin gekommen. Oh, Scheiße. Oh. Oh. Und das war's auch mit dem ersten Lethal Company Video. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.